So, jetzt ist es endlich soweit. Wir sind unterwegs zum Service Center in Stuttgart. Wir kriegen tatsächlich heute endlich nach über zwei Monaten, glaube ich, unser neues, gebrauchtes Model S. Und sind mal ganz gespannt, wie das dann sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Service Center die Übergabe nicht filmen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, dann machen wir einfach ein paar Bilder und schneiden die damit ins Video rein. Und ja, dann begleiten wir uns jetzt mal zu unserem langerseelten Moment. Los geht's. Los geht's. Silent now, we don't say a word We're just looking at each other Tears in our eyes from the words we said Yeah, it kinda broke my heart Loving you is not so goddamn easy as you think I'm trying my best to hold on but I feel myself giving You know that we shouldn't keep it up like this We hurt each other's feelings on and on I don't wanna change who you are The things you say is always one step too far But I know that I've played my part I'm hurting you as well I guess the way you should say we're sorry Say we're sorry So, jetzt sind wir hier am Supercharger in Lehmannberg Liegt zwar nicht ganz auf der Route, aber wir sind noch so früh dran Wir haben noch so viel Zeit, da haben wir uns gedacht Wir machen hier mal ganz kurz ein bisschen Indirekt Wir machen hier einfach mal ganz kurz ein bisschen Pause Und laden ein bisschen zwischen, damit die ein volles Auto kriegen Wie man sieht, wir haben noch 162 Kilometer Rostreichweite Mit 50 müssen wir es glaube ich abgeben Aber wie gesagt, es kostet uns ja nichts Und daher machen wir das jetzt einfach Dann schauen wir uns mal das Ganze an Letztes Mal Superchargen mit dem Model X hier Ab geht die Luzi Und wir werden dann einfach jetzt mal so lange mal kurz zum McDonalds hier gehen Und vielleicht ein kleines Eis Oder sowas Zu uns nehmen Bis dann So, bevor wir jetzt zum McDonalds gehen, haben wir uns gedacht Zeige ich noch ganz kurz Die Laderate Und da sind wir ja gerade bei schönen 117 Kilowatt 518 Kilometer die Stunde Was 500, ja 514 wie auch immer Kilowatt die Stunde entspricht Also so könnte es eigentlich immer sein So wäre es schön Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 sind vom kompletten umstieg in die e-mobilität wie der alltag so funktioniert und so weiter und so fort und da war natürlich schön wenn ihr diesen kanal abonniert hier unten wenn ihr vielleicht sogar das glöckchen drückt denn dann bekommt die benachrichtigungen sobald ein neues video draußen ist und verpasst somit keins was natürlich noch viel toller wäre wäre wenn ihr uns einen daumen nach oben gebt wenn euch das ganze gefallen hat falls es euch nicht gefallen hat dann wäre es natürlich schön wenn ihr das ganze in den kommentaren als eine art konstruktive kritik niederlegt oder hinschreibt denn ja nichts ist wichtiger wie konstruktive kritik denn nur so können wir lernen das ganze besser zu machen und einfach besseren content für euch zu liefern wie gesagt wir hoffen es hat euch gefallen dieser kleine zusammenschnitt unserer freudigen abholung ihr habt euch sicherlich auch gewundert warum wir so lange auf das auto gewartet haben dazu aber natürlich mehr in einem späteren video da werden wir euch ausführlich erklären was so alles passiert ist in diesen knapp zwei monaten ab bestellung was so schief lief und so weiter und so fort und lasst euch einfach überraschen wie gesagt das ganze kommt in einem der nächsten videos bis dahin wünsche ich euch einen schönen tag und eine schöne zeit und wir sehen uns demnächst bis dahin macht's gut ciao